Oh, fuck! Ich esse die nicht. Wir haben hier zwei Sachen im Kühlschrank. Einmal richtig, richtig scheiß scharfe Jelly Beans. Jalapeno, Carolina Reaper, Cayenne, Rabanero mit ordentlich Scoville. Und einmal haben wir noch Toxic Waste. Das kennt ihr sicherlich auch noch. Da bin ich am überlegen, was ich euch sage, weil ich mir das reinhauen muss. Bei wie vielen Subs ich mir das... Also wenn wir so und so viele Subs in dem Stream gemacht haben, dass ich mir das gönne. Also Carolina Reaper ist hier auf der letzten Stufe. Carolina Reaper sind die roten, das sind die stärksten. Alle 50 Subs eine Bohne, sage ich. Also in 25 Subs würde ich eine Bohne essen. Das Ding ist, was mir gerade einfällt, ich bin ja voll dumm. Je mehr Subs reinkommen, desto schwieriger wird die Challenge, weil ich Bohnen esse und es wird scharf. Und wenn ich die Challenge nicht schaffe, muss ich 50 Subs giften und noch eine Bohne essen. Das ist ja... Das passiert halt so in der Spontanität, weil man nicht über die Dinger nachdenkt. Man muss ganz, ganz schnell den ersten Win machen, bevor hier so eine Bohne reinkommt. Ganz, ganz schnell. Chat, wir können drüber reden. Chat, wir können drüber reden, okay? Villa, danke für 5 gifted Subs. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Okay, Lusch. Ich bin so nervös wegen der scheiß Bohne. Ich habe einfach vergessen, Minis zu nehmen. Bombe Stangli für 5. Acht noch. Okay, Chat, ganz kurz. Muss ich die Bohne innerhalb... Wartet, Chat, wartet doch mal kurz, Mann! Es ist wirklich... Chat, chillt doch mal kurz! Meine Fresse! Der Stream ist grad... Bohne essen sofort! Ihr seid solche... Ich schwöre, ich esse nur eine. Ich... Oh, wie die riechen! Ihr dick... Oh! Ah! Ah! Ich... ich esse die nicht! Ich esse die nicht! Ich esse die nicht! Soll ich na... Ey, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Ey, das ist die zweitniedrigste Stufe. Oh! Ah! 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 Ich hole mir den Halsbaul! Ah! Ah! Ich muss... Ich muss... Ich muss den Lappen erstmal draußen lassen. Besser! Ah! Schlau! Setz dich hin! Oh nein! Ich schwöre, diese Schärfe ist grad einfach noch schlimmer für mich als... Sämtliche Horrorgames und alles. Bohne essen sofort ist ja gut, Digga, ist... Holy fucking shit, bro! Wie oft muss ich kauen? Wie oft muss ich kauen, Chat? Zehnmal? Nein! Nein! Sorry! Ich... Ach! Nein! Zehn! Ich brauche Müll, Heiber! Ich... 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 Besser, Schlam... Besser! Deutlich besser! Verstehst du das? Ja! 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 Nimmerschön raus! Mit dem Lassenbeam! Krustkopf! Besser! Nervt doch nicht! Nervt doch nicht! Also da ist ein Stress! Das Spiel ist für Jungfrauen! Chill, T-Cat! Chill, chill, chat! Chillt! Ich zieh jetzt blind S-I und ich spiel einfach weiter! ich hab eine gezogen ich mach direkt rein und mach weiter ich kaufe fünfmal dann geschlossen eins, zwei, zwei, drei, oh das war die rote Mein Mann! Oh mein Mann! Ich spür meine Zunge nicht mehr, ich spür meine Zunge nicht mehr, ich spür meine Zunge nicht mehr, 1 Feuerdachs. Sub gifted emote, 417 sick. Ist das euer ernst? Wir wollen jetzt, dass ich noch eine Bude esse. Es ist jetzt so scheiße. Bessssssss. Besssss. Bessssss. Bessssss. Fünf mal kauen. Ich hab nur die Hälfte runtergeschluckt. Ich konnte nur die Hälfte der Bodo-Rütter schlucken. Stream geht zwei Stunden, ich bin gebrochen. So, wir haben einen Win in Folge, Fortnite, das zählt als Win, rüber zur Folge, guys. Scrum, mir wird schwindelig, wenn ich Subbomben gerade sehe. Mir wird schwindelig, verstehst du das? Subgifted Emote. Ey, wenn ich diesen Dax auch nur laufen sehe, ich kotze. Amelia. Back to back. Miki, es fehlen nur noch 13. Ich weiß, dass nur noch 13 Subs fehlen für die nächste Bohne. Es langt. Ich heiße nicht Dodo. Never Lose haut 10 raus, Free Penguin haut 10 raus. Man ist schon wieder bei 257. Als wären die 300 auch nicht mehr so fern. Natürlich. Und ich muss eine Bohne jetzt essen. Wir sind einfach gleichي. Was wäre der Idealname im Falle einer Umbenennung von Türkisch Airline? Erden Das ist der erste Sieg in Vollgeiß Das ist der erste Sieg in Vollgeiß